Der Oraniburger AC begrüßt Sie und Euch recht herzlich zum Pressegespräch nach dem dritten Spieltag in der dritten Liga Nord-Ost. Oraniburger Handwerkrück gegen Anhalt-Bernburg, Endstand 34-32, Halbzeit 18-15, vor 735 Zuschauern in der MBS-Arena. Das klingt alles nicht so wahnsinnig spannend und nach Standard, wer das Spiel erlebt hat, kann einfach nur sagen, der Wahnsinn in Oraniburg geht weiter. Vielen Dank an beide Mannschaften für diesen Handballabend. Ja und wie die beide Trainer erlebt haben, sollten wir gerne hören. Von den Gästen ist da der Co-Trainer, der vorher 60 Minuten lang viele, viele Tore für Bernburg gemacht hat, Nico Richter. Ja auch von mir, schönen Abend in die Runde, vielen vielen Dank für dieses Spektakel hier, es ist immer wieder, auch jetzt mit dem Ergebnis eine Freude hierher zu kommen. Es macht unglaublich Spaß hier zu spielen, es ist immer wieder ein Highlight in der Saison, weil die Halle eben gut brennt und da meist sehr intensives Spiel rauskommt. Also dafür spielen wir Handball und dafür erstmal vielen vielen Dank. Ansonsten auch Glückwunsch an den Robert See zum verdienten Sieg, ich denke es war ein Spiel mit vielen Phasen, verzeiht mir, wenn da jetzt Fehler in der Analyse sind. Ich habe die Statistik jetzt nicht alle im Kopf, aber ich denke es war sehr phasenlastig und ja, zum Ausgang dann verdient das nicht für den Weinburg, wir fahren bei der Obenkunde nach Hause. Das war es von meiner Seite. Viel mehr kann ich Ihnen sagen. Ja, da gibt es auch von mir Glückwunsch zum zweiten Heimsieg im zweiten Heimspiel. Ich glaube die Führung zur Pause kann schon deutlicher sein als drei Tore, weil das Torwart-Duell, glaube ich, gerade im ersten Abschnitt an der Orenburg geht, dann habt ihr in der zweiten Hälfte so um die 40. Minute rum die Chance mit 8 wegzuziehen. Dann im Inneren haben wir erlebt, was passiert ist. Findest du schon die richtigen Worte für diese 60 Minuten? Das werden wir gleich sehen, ob ich die richtigen Worte finde. Hi, danke für die Glückwunsch, Nico. Ich bin grundsätzlich jetzt erstmal sehr zufrieden, dass wir zwei Punkte haben. Das ist erstmal die Hauptsache. Ich glaube, das war mit den Zeitstrafen, die wir erst hatten, ein bisschen dünner reinsteigen, weil wir uns dann auch ein bisschen, ja, dumm würde ich nicht sagen, aber ein bisschen jung vielleicht, das wird es vielleicht ganz gut, anstellen, gerade in den Zweikämpfen, die wir überhören. Und da müssen wir einfach ein bisschen mehr aufpassen, haben wir ein bisschen dem Rückstand hinterher und haben da ein bisschen probiert, wenn ein Spiel reinzukommen. Wir machen das dann bis zur Halbzeit tatsächlich ganz gut. Ich gehe mit 18, 15 in die Halbzeit, dann bin ich nicht mehr zufrieden. Und dann, glaube ich, haben wir so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, zum Spiel zu gehen, beziehungsweise das Spiel wirklich auf unsere Werte zu ziehen. Bei Plus 6 haben wir einen Rehenschuss und Aaron, haben wir einen freien Ball, wo wir die Chance haben, auch kurz abzustellen. Ich glaube, das Spiel auch durch, das ist verpassen wir. Und dann wird es eine Schlacht, muss man ehrlicherweise sagen, da kommen wir einfach noch mal ran. Ich glaube, hinten raus kommen wir vielleicht ein bisschen Glück in einzelnen Situationen, aber haben uns das auch irgendwie ein bisschen verarbeitet, das wird man auch ehrlicherweise sagen. Und ich glaube trotzdem, dass wir uns einfach steigern müssen und es geht sich so ein bisschen, weil jetzt drei Spiele mittlerweile müssen sich ein bisschen starten. Es erscheint einfach, was, ich sage mal, Intensität in den Phasen betrifft, wo wir Spiele gewinnen können. Und da nehme ich die 40. Minute als Beispiel heute, wo wir das Spiel gewinnen können. Das war letzte Woche im Rostock schon so davor, die Woche gegen Haldenburgs auch. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir dann auch die Spiele wirklich zu Ende führen und dass wir die Spiele dann auch wirklich, ja, gewinnen. Weil dann haben wir meistens Glück vielleicht nicht auf unserer Seite und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem zufrieden. Wir haben zwei Punkte mehr, haben jetzt beide ein Spiel zu Hause gewonnen. Und das ist ein großer Schiff. Aber wir fahren nächste Woche in der Leipzig, trotzdem noch in der Weitenbrust. Und da können wir auch was auf jeden Fall haben. Danke. Die Fragerunde ist halt das nicht. Mensch, sag nichts. Ja, eine Frage geht es zu Daniels. Jetzt haben wir Theo zweimal hier gesehen. Einmal noch den Rostock gleich im Anteil hatten. Unser neuer Vorrat an den bisherigen vier Punkten. Keine Ahnung als der Beste der Mannschaft. Jetzt willst du das werden von mir. Insofern, nein, das ist immer Top-Sport. Und klar, bin mir glücklich, dass er so hell wie er hält. Aber ich glaube, wir haben auch andere Spieler, auch heute wieder gesehen, die uns extrem helfen. Auch die jungen Spieler, wenn ich den Christoph nehme, auch wenn er eine Dreizeitstrafe bekommt. Aber die Fahrer, die er mal durchsteht, macht das auch sehr, sehr gut. Und insofern hat er keinen anderen Anteil als alle anderen. Weil wir einfach als Mannschaft dieses Spiel umgehen wollen. Und dann sind wir natürlich froh, wenn er viele Bälle hält. Aber alles andere ist dann auch für uns Zusatz. Und dementsprechend sind wir dann sehr glücklich mit der Leistung, aber auch mit der Leistung der Mannschaft. Noch eine Frage, der Alex Williams mit seiner Verletzung. Gibt es da Neuigkeiten? Ja, also Neuigkeiten. Wir haben grundsätzlich jetzt erstmal bis ins Tor kaputt gegangen. Das ist erstmal nicht richtig. Montefus-Verkopfer auch zu brauchen, wie es sich hier geht. Aber kann dir kein genaues Datum sagen, wann er wieder spielen wird. Das wäre immer mit den Herzen und auch mit Anna als Physiotherapeutin, wenn wir das vor der Woche zu Hause gucken. Das bleibt sich uns noch nichts. Danach die Woche normal verlautig und dann werden wir auch mal weiterkommen. Weitere Fragen? Da hinten sehe ich eine Hand. Ja, ich möchte das Ziel von Bernburg machen. Saisonziel Bernburg. Viel Spaß bei der Antwort. Das kann ich ganz kompliziert machen. Wir spielen wieder im Klassenhalt. Das ist das große Ziel. Alles, was oben drauf ist. Frohe, froh los. Aber nach der letzten Heute gegen eine Mannschaft, die oben spielt, ist das ein tiefes Stapel, glaube ich, oder? An wen sollte es jetzt geben? An das oben spielen oder an das Tickelstapel? Ich habe da mal nichts zu tun. Dann sehe ich das erste Mal als Komponent, gebe ich der Mannschaft weiter. Vielen, sehr Dank. Und natürlich steckt nicht der Mannschaftspotenzial. Die Neutzugänge sind auf jeden Fall verstärkungen. Wir arbeiten weit dran, dass sich alle finden. Und wie gesagt, was da mal als Kursrund draufkommt, sehen wir mal eine andere Saison. Danke. Kurze Frage. Ich bin jetzt seit sechs, sieben Jahren oder zehn Jahren beim OAC immer. Warum wackelt ihr eigentlich die letzten zehn Minuten? Das ist schon eklatant teilweise. Dann bist du nicht. Das ist doch egal, welcher Trainer, welcher Mann so im Gefängnis steht. Aber ihr müsstet doch nicht immer so jahrelangspotenzial machen, wenn wir das für eine Entspotage machen, oder was sie dann strengt. Das ist grundsätzlich, damit die ganzen Vereine auch gesund bleiben. Das ist ja nur so wichtig. Spaß der Seite. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Grund dafür hätten, dann würden wir es abstellen, oder würden wir uns Progenz abzustellen. Aber anscheinend gibt es nicht nur einen Grund. Ich glaube, wir arbeiten an vielen Themen aktuell. Und auch wie jetzt, wie du hast gerade gesagt, auch wir haben im Sommer ein paar Reile dazugekommen und brauchen auch noch ein bisschen Zeit. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, das war letzte Woche zum Beispiel ein Rostau-Spiel. Die letzten zehn Minuten sehr, sehr gut. Das gibt dann auch so eine Spiele. Also wenn wir minus fünf da nochmal rankommen auf einen. Ich glaube, es gibt immer so Phasen in Spielen. Aber ich habe es ja gerade auch schon gesagt, wir müssen lernen. Und auch unsere jungen Spieler müssen lernen, solche Spiele frühzeitiger dann auch für sich zu entscheiden und dann auch wirklich die Spiele auch zu Ende zu bringen. Und das müssen wir lernen. Und dann halt auch potenziell gleich, ich sage mal, noch weiter, um als letzte Saison anzureichen. Weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann würde ich die Plattform nutzen, um nochmal Werbung für Stadtradl in Oberhafel zu machen. Wir sind unter dem Team des Orani-Buga HC an Start. Die erste von drei Wochen ist rum. Ich glaube, da geht auch ein bisschen was, liebe OACA. Also meldet euch noch an unter startradl an.de und macht mit. Ansonsten von mir der Tipp, im Oktober nicht so viel vornehmen an den Wochenenden. Wir haben drei Heldspiele hintereinander weg am 5., 12. und 19. Oktober. Bis dahin wünschen wir unserer Mannschaft erstmal viel Erfolg bei zwei Auswärtsspielen am Stück. Und am nächsten wünsche ich noch eine schöne Heimweise und danach einen erfolgreichen Saisonverlauf. Alles Gute. Bis bald.